Die Stunde der Wahrheit naht an der Börse. Wer also eine Idee haben will, wohin der Markt geht, der ist mit Sicherheit ein wenig damit zumindest mal beschäftigt, was heute Abend noch abgeht. Gucken wir dazu kurz auf den Kalender. Da gibt es die FED, die sich nochmal melden wird, nämlich die Zinsentscheidung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, da wird eigentlich nicht wirklich was erwartet. Unverändert 5,5 oder eigentlich 5,25 bis 5,5. Die FED gibt nämlich immer eine Range an, in der sie gerne die Zinsen sehen würde und legt keinen festen Zins fest. Das ist ein anderes Prinzip als das, was die EZB macht. Die sagt ja immer, zack, so per Order the Mufti, so machen wir das jetzt. Während die FED sagt, ne, ne, macht mal so ungefähr, dass das in dieser Range liegt. Erwartet wird allerdings keine Veränderung und wer da drauf guckt, der hat natürlich häufig die 3-Monats-T-Bills, also die Treasury-Bills mit im Blick. Die liegen aktuell bei 5,31 in etwa und das schon seit einer ganzen Zeit hier mehr oder weniger fest verankert sozusagen. Das heißt, im Moment geht der Markt überhaupt nicht davon aus, dass da irgendwie Druck nach oben nochmal entsteht. 5,25 bis 5,0, das ist also voll im Rahmen dessen. Es sieht danach aus, als ob sich da nichts dran ändert. Ja, warum das Ganze gezerft da um diesen Termin heute Abend? Es gibt zur gleichen Zeit oder kurz danach gibt es die Pressekonferenz, also erstmal zur gleichen Zeit das Statement, auch um 20 Uhr. Das ist nicht unwichtig. Das ist so um zwei, drei Zeiler, hätte ich fast gesagt, drei Absätze in etwa. Weiß gar nicht, zwei oder drei Absätze, aber so ein paar Absätze sind das im Wesentlichen, wo die FED so in wenigen Worten das zusammenfasst, wie sie die Situation sieht und wie ihre Erwartungshaltung für die Zukunft ist, wie sie damit umgehen will. Und da wird genau drauf geguckt, gibt es da Änderungen im Wording, ist es vielleicht ein kritisches Wort rausgenommen oder sogar eins hinzugefügt. Das kann heute Abend die Märkte bewegen. Also die Zinsentscheidung ist ziemlich sicher non-event. Und das Statement dazu, das hat allerdings ein gewisses Sprengstoff, das die FED ankündigt. Ja, wir wollen aber jetzt ganz sicher, wir machen das jetzt so und so. Wir wollen da jetzt ein bisschen mehr Aktivität dahingehend oder dahingehend sehen. Das kann was bewegen. Dann um 20.30 Uhr nochmal die Pressekonferenz. Da ist natürlich viel mehr Information, weil eben Frage- und Antwortspiegel stattfindet. Also da kann was passieren an den Märkten. Ja, und warum gucken wir uns eigentlich hier immer die Charts an, wenn es doch die Nachrichten sind? Wer entscheidet denn, ob der Kurs hoch oder runter geht? Das ist nicht die FED. Es sind die Marktteilnehmer, die auf die Nachrichten der FED oder natürlich auch andere Nachrichten reagieren. Und deshalb gucke ich immer gerne, wie sind die Marktteilnehmer denn drauf? Und bevor ich jetzt einen Persönlichkeit-Test mit allen Tradern auf der Welt mache, gucke ich halt, auf was für ein Preisniveau einigen die sich. Wie sind die denn aktuell unterwegs? Und da haben wir in den letzten Tagen ja schon mehrfach festgestellt, dass sie so richtig die Laune nach oben noch nicht erfunden haben. Aber wir wollen dem Bullen noch nicht tot sagen. Es besteht ja noch zumindest mal die Hoffnung, dass es ein bisschen nach oben geht. Dass wir hier vorläufig wenigstens noch so halbwegs erst nochmal hochkommen. Und ein bisschen ist das Ganze unterstützt durch das Intraday-Bewegungsmuster, was wir hier haben, wo man den Eindruck hat, naja, aber so schlimm ist es doch nicht. Tatsächlich, solange der Kurs jetzt nicht nochmal unter diese Zwischentiefs hier fällt, das ist das Tief von 20. um 5.30 Uhr, also heute Morgen gewesen, beim Dow Jones beispielsweise, dem Future da drauf. Solange der Kurs dann noch oberhalb bleibt, ist es ja noch in Ordnung. Nehmen wir mal an, der Kurs macht sogar im Laufe des Tages irgendwas, was in der Form aussieht. Dann ist zumindest vorläufig erst nochmal eine recht realistische Chance, dass es in den darauffolgenden Stunden eine Korrektur und anschließend sogar nochmal eine Fortsetzung nach oben gibt. Trotzdem ist meine Begeisterung für den Bullenmarkt sehr eingeschränkt, denn das, was wir hier auf dem Weg nach oben sehen, sieht, wenn wir ehrlich sind, noch nicht so richtig toll im bullischen Bild aus. Das ist alles noch zu sehr schnelle, starke, heftige Abwärtsbewegung. Und die sind allerdings, das muss man dazu sagen, doch immerhin so halbwegs dreiwellig hier verlaufen. Das ist sozusagen mal die letzte Hoffnung der Bullen. Naja, vielleicht wird doch was draus. Also wir haben eine gewisse Chance, dass die Marktteilnehmer, wenn sie jetzt nicht heute Abend durch die Nachrichten total erschrecken, eine gewisse Chance, dass wenn der Markt korrektiv nochmal nach unten geht, dass er dann sich nach oben fortsetzt. Soll das jetzt heißen, ich habe auch keine Ahnung, was der Kurs als nächstes macht? Völlig richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich denkbar, der Kurs macht das. Es ist natürlich denkbar, der Kurs macht das. Das können wir nicht vorhersagen, denn ich weiß ja noch nicht, was die FED jetzt sagt. Und wenn die sagt, Mensch Leute, wir haben uns was ganz Tolles überlegt, wir machen das jetzt ganz anders. Na gut, überlegt euch selber, wie wahrscheinlich das ist. Meine Erwartungshaltung ist, dass wir übergeordnet weiterhin in dem Druck stehen, dass es nochmal runter geht. Dafür spricht relativ vieles, auch von fundamentaler Seite. Aber eben auch charttechnisch insofern, dass die Marktteilnehmer, außer jetzt hier so im hinteren Teilstück, eigentlich so richtig die Lust und Laune nach oben noch nicht entdeckt haben. Man hat nicht den Eindruck, dass dieser Anstieg wirklich von Begeisterung geprägt ist. Dazu sind die Rückschläge zu weit, zu schnell gewesen aus meiner Sicht. Das ist ein typisches Zeichen für, wir haben eher Angst. Wir können uns das Ganze nochmal beim Index angucken. Da sehen wir nämlich, dass der Markt, ich mache mal diese Idee, das war nur eine Idee, die ich da jetzt drin hatte. Da sehen wir, guckt mal, wie weit das da wieder runter ist. Das sind alles keine so tollen Zeichen für, wir haben richtig Lust. Aber immerhin, aktuell, wollen wir es nicht schlecht reden, haben wir eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, für die Intraday-Freunde besteht eine realistische Chance, dass der Kurs uns irgendwie sowas hier noch beschert. Eine ordentliche korrektive Rücksetzerbewegung in die Mitte hinein. Rücksetzer, ihr erinnert euch, korrektiv, dreiwellig oder mehrfach mit Überschneidung. Wäre ein Angebot, wenn der Kurs das Ganze hier triggert, über den Zwischenhoch für die Long-Seite. Also ich bin, was das kürzere Bild angeht, noch gar nicht so sehr davon überzeugt, dass wir zwangsweise jetzt sofort nach unten müssen. Auch wenn ich übergeordnet vorläufig nach wie vor eigentlich, ich mache das bewusst mit ein bisschen Versatz, weil ich nicht weiß, ob wir vorher nochmal höher gehen oder ob wir direkt runter gehen, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, wir haben Chancen, irgendwo hin, bitte nicht jetzt millimetergenau, irgendwo da hinzufallen. Und wenn es tiefer ist, ist es tiefer. Aber die Chance sehe ich für relativ groß, denn die Marktteilnehmer haben hier ganz deutlich gesagt, dass sie Schiss haben, keine Lust haben, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und wehe, es kommt eine blöde Nachricht. Dann sind sie ruckzuck duckmäuserig und geben alles wieder ab, was sie bis dahin hatten. Und dann werden wir sehen, dass der Kurs runterkommt. Sie müssen also mutig sein. Ob sie mutig werden, weiß ich nicht. Im Moment, das, was ich hier an Aufwärtsbewegungen sehe, die Welt hat schon mutigere Züge am Markt gesehen. Aber ich denke mal, für den Moment wäre der jüngste Aufwärtsarm, gerade für die Intraday-Freunde von heute, zumindest mal ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Das ist zumindest nach einer angemessenen mittleren Pause, Pause also in die Mitte dieser Bewegung dann rein, wieder, dass es da weiter nach oben geht. Wer jetzt sagt, Mensch, zeig doch mal die Werte, das macht noch keinen Sinn. Denn jetzt möchte ich, ich kann es mal trotzdem groß machen, jetzt möchte ich nicht den Rücksetzer in die Mitte. Denn dann wäre das dreiwellig und das wäre doof. Also bullisch wird das eigentlich, wenn wir hier so einen Fünffäller haben, anschließend eine Korrektur in die Mitte dieser Bewegung rein. Also den Hochpunkt haben wir nicht, deshalb wissen wir noch nicht, wo die Mitte ist. Aber lügen wir uns die Welt mal schön, da könnte das in etwa sein. Und dann hätten wir hier an der Stelle den Trigger für eine Fortsetzung hier in Richtung Aufwärts dann nochmal als befristeten Zwischendurch-Long. Nicht unbedingt für die Freunde der langfristigen Position, sondern mal als Zwischendurch-Long. Auch beim S&P bin ich noch nicht so mega glücklich, was die Bewegung angeht. Auch beim S&P hatten wir hier eine deutliche Bewegung, die sehr ähnlich aussieht wie der Dow Jones. Deshalb müssen wir das gar nicht neu extra nochmal ansprechen. Ich muss sagen, die Aufwärtsbewegung mit den starken, deutlichen Rücksetzern macht nicht unbedingt Mut im Sinne von, wir sind mega bullisch eingestellt. Kurzzeitig, ja, achtet auf das Zwischentief bei den Futures. Hier bei 4.485 beziehungsweise heute Morgen so gegen 6, 7 Uhr geht er da durch. Spätestens dann bin ich mir ziemlich sicher, gehen wir auch da durch und dann ist das früher oder später ein Armutszeugnis für die bullische Seite. Also diese Marke im Blick haben. Und ihr seht schon, der Nasdaq sagt sich, das machen wir jetzt schon mal. Wir sehen, der Nasdaq, das sieht alles gar nicht so dolle aus. Aber der Nasdaq ist insgesamt ein bisschen anders unterwegs, auch von dem Verhaltensmuster. Aber spätestens, wenn auch der S&P durch diese morgendlichen Tiefs durchgeht, ist es, sagen wir mal, kritisch. Beim S&P könnte man zur Not noch sagen, Mensch Rüdiger, aber wäre das nicht möglich, dass das hier einfach eine langgezogene Nachtpause war und wir jetzt quasi hier so eine Pause schon haben. Tatsächlich, ihr seht, den Unterschied zwischen DAO, S&P und Nasdaq sind ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Aber lasst euch zeigen, dass die Abwärtsseite schwach ist und wartet auf den Trigger über die Zwischenhochs. Und wenn ihr das nicht macht, überlegt euch ernsthaft, ob ihr so macht, mache ich trotzdem. Wir beispielsweise öffnen grundsätzlich auf den kleineren Zeitebenen vor der Fettzinsentscheidung keine Position mehr. Warum? Weil wir Sorge haben, dass es dann zu einer heftigen Bewegung kommt und der Stop eng liegt. Das klingt erstmal super, aber aufgrund der heftigen Bewegung nicht optimal ausgestoppt wird. Deshalb sind wir da vorher etwas zurückhaltend, verpassen vielleicht eine Bewegung. Meistens allerdings auch verpassen wir eine doofe Bewegung, eine teure Bewegung und deshalb lassen wir das dann gerne weg und orientieren uns im Nachgang an die nächste anstehende Bewegung. Das kann dann jeder für sich entscheiden, ob er sagt, Augen zu und durch, klingt aber nicht nach einer guten Strategie. Also überlegt euch, ob das ein guter Ansatz ist, aus meiner Sicht ein bisschen Vorsicht zu genießen. Na gut, also aktuell eher Tendenz nach oben. Beim Nasdaq ein wenig undurchsichtig, aber auch hier, wenn wir jetzt von mir aus hier was sehr, sehr Korrektives hier, also hier vorne war das schon so ein bisschen irgendwie so dieser Art, wenn wir hier was sehr Korrektives jetzt kriegen, dann wäre das Pendant zu dem, was wir beim Dow Jones eingezeichnet hatten. Also die Idee wäre die gleiche für zwischendurch Longs. Insgesamt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Aufwärtsbewegung, das findet ihr doch nicht ernsthaft überzeugend für die bullische Seite. Nichtsdestotrotz, manchmal sind sie auch nicht überzeugt, machen trotzdem die Aufwärtsrichtung. Das werden wir uns in die Tage angucken, ob sich das tatsächlich bewahrheitet. Der DAX ist natürlich deutlich weniger im Einfluss. Der FED, trotz alledem, auch der tickt natürlich, was das angeht, ein bisschen mit den großen Märkten mit. Die jüngste Abwärtsbewegung war relativ dynamisch. Eigentlich würde ich mich sowieso nicht wundern, wenn er jetzt irgendwie so ein Bild macht, wäre das wiederum der nächste Short Trigger. Also ein bisschen runtergehen, ein bisschen nochmal hoch, erinnert ihr euch? Das war so ungefähr die Lesart, die wir bei den amerikanischen Indizes eben gesagt haben. Ein bisschen nochmal runtergehen und nochmal nach oben. Wir können mal im Future gucken, ob das Bild dort ein bisschen klarer ist. Ja, mehr oder weniger das Gleiche. Also wir haben in etwa die gleiche Situation, das hatten wir gestern schon mal angesprochen, jetzt kommt er gerade hier hoch, lasst ihn doch mal sowas machen, dann hätten wir hier eine ABC. Wenn er dann diese Zwischentiefs tatsächlich triggert, dann auf jeden Fall Short. Bedeutet aber auch, solange er oberhalb bleibt, ist es erstmal nicht so sicher. Wir können also erstmal hier eine, also die Short-Seite, erstmal hier eine Long-Position machen, wenn er wackelig runterkommt. Genau das gleiche Bild, was wir beim Dauern hatten. Das können wir hier mal ein bisschen genauer nochmal zeichnen. Da sind wir ja schon ein bisschen weiter. Also wenn er jetzt hier, nehmen wir mal an, es bliebe bei dem Hoch, er macht der tiefste Punkt, höchste Punkt, geht jetzt in diesen Rücksetzerbereich rein, in den klassischen 38, 50, 61, 8, da in diese Zone rein. Das aber korrektiv, korrektiv heißt dreiwellig, von mir aus auch mehrwellig mit Überschneidung. Dann haben wir das letzte Hoch als einen Trigger. Wenn er das durchstößt, zagt da Long nochmal einmal zumindest die Aufwärtsrichtung. Wäre eine Idee und je nachdem, wenn die nicht allzu lang ist hier, diese Bewegung, je nachdem, wo das Tief hier ist, dann wäre nachher das immerhin die Abwärtsbewegung ABC hoch. Und wenn er dann dieses wiederum triggert, später wäre das dann der Short. Deshalb an der Stelle entweder Gewinne mitnehmen, also diese 1 zu 1 Projektion. Oder aber, wenn ihr hier Long seid, Stops ein bisschen hinterherziehen. Wenn er dann weiterläuft, freut ihr euch. Und wenn er umdreht, dann sagt ihr, egal, nicht schlimm, mach ich halt den Short nochmal mit. An den übergeordneten Bildern hat sich nichts verändert. Ich bin nach wie vor eigentlich davon überzeugt, dass der DAX auch nochmal die 15.400 sieht, dass wir die 300 vielleicht nochmal irgendwie so diesen Bereich, da hat sich nichts verändert. Deshalb müssen wir das nicht an der Stelle wieder breittreten. Vielleicht ist das Ereignis heute Abend der Startschuss, um nochmal einmal da diese Abwärtsbewegung zu initiieren. Aber lassen wir uns überraschen, was die FED dafür uns bereithält. Seid tiefenentspannt, sprich idealerweise wenig oder nur mit kleinen Größen positioniert, wenn es um 8 Uhr dann heißt, jetzt sind die Nachrichten raus und jetzt geht die hohe Volatilität los. In diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr euch richtig entscheidet. Ganz liebe Grüße und viel Erfolg für eure Handelsideen.